Warte, ich will einmal schießen Ich bin jetzt sechs Kilometer gefahren, komplett umgekehrt Passend, ich bleibe von oben, ne? Nach oben dann Du bist ja da bei sich an der Base Ja Müssen wir mal hingehen Ey, dein Fahrrad ist so schnell, ne? Jedes Magazin gibt 500 und das Panzerbrechner muss mit Munition 750 Alter, was machst du? Du bist mit dem Fahrrad gegen das Auto gefahren, das ist expliziert Du bist nicht hier reingefahren Nein, du warst noch ein ganzes Stück weg Ja, Digga, du hast gerade auf mich zugekommen Ja, aber das war das Auto Okay, wo fahren wir jetzt runter, oder? Zum Airfield, oder was? Gegen einen Airfield, muss man ja mal Oder links, unten ist vielleicht weniger los, meinungen dazu? Ja Aber vielleicht denken sich das viele Egal Lange fahren wir ungefähr dahin? Weiß es nicht Sechs Kilometer Fluglinie Ich hoffe, da drei Mach ich mal schnell in die Küche mit der Kippe Och, ich hoffe, ich habe was zu lampfen Aber ich nehme dich unten in die Küche und lass dich nicht ganz alleine lassen Dass ich dann schreien kann, wenn wir angegriffen werden Ja Links Auto Jo Wo ist dein Auto? Da hinter uns Das ist Lader Da lohnt sich echt der ganze Ärger nicht die Kiste zum Trader zu bringen Ja Schöne Da Gehalte Das ist der Kiste Einen Ähn Die Den Dieser Engel Seht Ab Das hat nichts so bedeutend, dass mein Fahrrad auch überall steht Das hat auch bedeutet, dass da jemand war, ne? Was? Sollen wir erstmal abchecken alles oder direkt drauf fahren? Okay, genau in Amsterdam, let's go Direkt Trader, oder? Ich will kurz, da ist wieder ein Fahrrad Ne, was ist das? Da läuft einer! Spieler, lass mich raus! Nice, guck mal, ob in der Nähe noch einer ist Da war es Fahrrad, da war der Spieler Ja, warum hat er es nicht gecheckt, Mann? Das ist halt der erste Wiener, das Sneaky Bicky Da unten ist so ein LKW Ja, ja, sag ich doch Er hat den Aber den kann man da nicht verkaufen, oder? Weiß ich nicht Schöner gesehen Vorne ist noch einer Wo, wo, wo? Geradeaus von mir, wo ich hinfahre Über die Bergkuppe gerade drüber Der guckt uns an Der sieht nicht, dass ich ihn sehe Siehst du ihn? Ja Der kommt gleich über die Bergkuppe Der will mich abschießen Sehen Sie? Ich baite, rechts Nee, rechts von mir Da, wo ich jetzt hinfahre Der schießt Der ist im Auto Oder? Naja, schießt doch nicht Mach den mal klar Wenn ich jetzt zurückkomme Der wird mir hinterher gehen Der ist da safe noch? Ganz oben, oder? Ja, über den Berg drüber Ich gehe rechts lang Sehen An den Bergen unten Bei mir Unten? Am Berg? Bei den Bäumen Nah bei mir An der ganz rechtesten Tanne Soll, links neben mir Läuft einfach einer, Jungs Ich bin down Fuck Ey, nein Ich Idiot Genau neben mir Genau wo ich bin Er liegt auf mir drauf Wo auf dem Berg oben? Wo seid denn jetzt? Hast du ihn getötet? Ich hab Bademeister Ne, ne War ein anderer Hier oben Hier oben Er ist eint euch ab Hier, genau wo meine Leiche liegt Genau da Er zielt euch ab Mit dem Ghillie Passt auf Unten, oder was? Wer ist denn jetzt von euch? Er bandagiert sich Oben, oben auf dem Berg Da kommt Der eint euch ab Mich kann doch nicht abeimen Er lootet mich Er lootet mich Er lootet mich Er ist schwer verletzt Schnell Wovor er sich den Epifens zieht Jungs Ja, ich kann jetzt hexten Scheiße, pass auf Er ist euch wieder ab Wer aimt denn überhaupt ab? Crusher, schieß mal Ja, der engagiert sich gerade Epifens, ich mein Er ist fast down, Jungs Er hat drei DMR-Schüsse bekommen Er ist eint euch ab Crusher, schieß mal Jetzt geht er weg Fuck, ich hab die Dragunov ausgerüstet Und meine MK17 ist weg Scheiße Boah, das war so schlecht von mir, Jungs Scheiße, das hab ich Wo ist der denn? Er ist weggegangen Crusher, halt Nein, der sitzt immer noch oben Der hat mich Ich hab ihn einmal getroffen War der Leiche, oder was? Mhm Genau vor dir Zwischen Nikos und meiner Leiche Ja, dann wird er deine jetzt looten Boah, das ist ja voll weit weg Soll das Oh je Was war das hier? Was für eine scheiß Action Wir sind hier runtergekommen Zum lockeren Was kaufen Beim Trader Links, unten ist vielleicht weniger los Meinungen dazu? Hinter mir ein Auto Die wollen mich überfahren Ja, renn, renn Seitlich Riesen auf mich Riesen auf mich Die Juden Ich bin down Oder? Die treffen mich nicht Ja, ich hau mit dem Fahrrad ab Hilf mir Jungs, bitte Oh, Hilfe So viele Schüsse auf mich Fuck, ich hänge am Baum Ich hänge am Baum Ich bin so schlecht Bitte Fahr doch einfach Ja Was bist du denn? Hilfe Ich hab keine Ahnung Ich sehe euch doch nicht Achso, stimmt Der ist eigentlich ziemlich gerade flächer Ja, geh mal dahin, wo ich landen kann Ich flieb da hin Oh, hier gibt's auch nochmal Loot Links von uns ist der SUV Check aus Schießen auf uns Ja, so Schieß treffst du uns nicht Kriegt ihr schon? Zwei Leute im SUV Ist schon überliegt Nein, nein, nein Komm mal Also auf der Insel So unterhalb Weil da wo sich diese Straße Y gabelt quasi Da irgendwo hätte ich jetzt mal gelandet Und dann gehen wir in diesen Verstrahlten Bereich rein Oder was Tränen, Nico? Ja Ja, Uwe hat schon Bin gespannt, was uns da erwartet Da ist doch noch nicht kontaminiert Ich weiß ja nicht, wie sich das verhält Ich hoffe mal nicht so krass Weil da werden wir wahrscheinlich Leben abgezogen kriegen oder sowas Ich weiß es nicht, keine Ahnung Man wird das schön natürlich auch geben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020